In vielen afrikanischen Ländern ist die Arbeitslosigkeit auch unter Akademikern hoch. Oftmals fehlen jungen und gut ausgebildeten Menschen praktische Fähigkeiten, die auf dem Arbeitsmarkt benötigt werden. Im Bereich der Softwareberatung geht SAP dieses Problem in einem gemeinsamen Projekt mit Invest for Jobs an. Zusammen führen sie das Young Professionals Program YPP durch, das junge IT-Talente mit den notwendigen Fähigkeiten ausstattet, um anschließend für SAP-Partner und Kunden arbeiten zu können. Islam Azusi ist eine von mehreren Programmabsolventinnen und Absolventen, die ein Stellenangebot des SAP-Partners PWC-SDC, der IT-Beratungseinheit von PricewaterhouseCoopers in Tunesien angenommen hat. Jetzt profitiert das Unternehmen von ihren neu erworbenen Fähigkeiten. Eine Win-Win-Situation für Islam und PWC-SDC. Our Young Professionals Program trains recent graduates across the Middle East and Africa for a three-month training program on SAP technologies and vital soft skills that they will need to become an SAP consultant. For us, the focus is not simply to train recent graduates and support them with getting digital skills. Gute Arbeitsplätze auf dem afrikanischen Kontinent zu schaffen, das ist das entwicklungspolitische Ziel von Invest for Jobs, der Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ. Gemeinsam mit dem Förderprogramm DEVELOP unterstützt Invest for Jobs SAP bei der Ausweitung des Young Professionals Program auf zehn afrikanische Länder, darunter Tunesien. Das Projekt wird in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, umgesetzt. The aim is to train 600 graduates across 10 different African countries on SAP certification skills. Since the partnership between SAP and Invest for Jobs started in 2019, we can clearly see job opportunities being created across the African continent. We have had three programs in Tunisia and all 79 of the graduates have been placed into an SAP consultant role. I landed the job in PwC-SDC, where I got the chance to work in big projects for multinational firms. YPP did not only offer me the chance to have SAP certifications, but also I got the chance to have world-class workshops where I could sharpen my personal branding, public speaking, sales and communication skills. YPP for me was life-changing. check out every more them happen if yourail is digital, and I was thinking specifically for the students who work in big projects Iphone Cassandra какой- Wiecha! Iphone Cassandra Fluxka, Dannactiveucks tierach! For the years moment, we are doing this in our sessions for practising Abs möpst! People tell our patients at the time of the training but start making plan! Not only have to start thinking!